Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Broken Age. Wir spielen wieder mit Vela und sind ja hier gerade im Wald gelandet unter der Wolkenstadt. Hier geht's bestimmt wieder zurück. Und ja, wir schauen uns erst mal ein bisschen um. Oh, schön. Ich mag, wie schade der Sonne ist. Das ist der zweite Hohl, den ich in diesem Kabin so weit verbracht habe. Es ist der Kristall-Sund aus der Lumberjacks-Wendung. Es ist immer noch schön. Hey, hör auf! Ich bin sorry! Ich wusste nicht, dass du keine Gefühle gehabt hast, okay? Ich habe keine Gefühle, aber du sie nicht verhörst. Das alte Spruce-Tippe. Oder vielleicht... Hey! Wer bist du? Mein Name ist Vela. Was ist dein? Ich bin Curtis. Sorry, ich... Ich dachte, du warst ein Baum. Ja, na klar. Diese Grundstimme kennt man übrigens auch. Äh... Hast du immer mit Trenn-Stimmen gesprochen, Curtis? Nein. Sie haben nur kurz angefangen zu sprechen. Wie kann ich Trenn-Stimmen, wenn sie mich an mich kreieren? Äh, das ist ein Argument. Was kreieren sie dir an? All kinds of really personal insults, like really over the line type stuff. It's been rough. But the worst part is not having any wood to build stuff with. Maybe you shouldn't cut down trees then. But I'm a woodworker. If I can't cut down trees, where will I get my wood? Äh... Hmm... Three nether wishes? Something practical, but unique. I've got just the thing. How about... A nice, three-legged stool? Hmm... Yeah. I haven't done a stool in so long. Äh... Okay. Okay, come on. Okay, make me a stool. I'd love to. If only I had some wood. Okay... Äh... Will you help me kill him? Mag-Chathra? Sorry. Conscientious objector. But I'm not using my axe. You're welcome to it. Ooh. Think I could kill Mag-Chathra with that? Oh. Well... No. I really don't think anything could kill Mag-Chathra. Hmm. Listen. About that big mess upstairs. Oh. Did another tree fall on my roof? Yeah. Genau so was in der Art. Äh... Ach, komm, wir sind ähnlich. No. I fell out of the clouds and crashed into it a little. That's cool. I needed a little fresh air in here anyway. I've been kind of cooped up for too long, you know? Catch you later, Curtis. Beware the trees! Okay, jetzt nehmen wir erstmal die Axt. You using this Axt? Not until those trees stop talking. Okay, dann. Okay, haben wir hier noch was? Da können wir raus. Das wollte ich jetzt aber gerade erstmal noch nicht. Gucken wir mal hier. Warum hast du da alles für barrikadiert? Hey, hier ist ein Baum. Das Baum spielt eine vitalen Sicherheitsfunktion, wo es ist. Ja, direkt vor dem Kamin. Das ist irgendwie extrem unlogisch. Someone's ripped the trees out of this painting. They were looking at me. I feel like I should get to know that guy before I steal his art. I feel like I should get to know that guy before I steal his art. Hi. Hey, Bella. Hey, about this art. Yeah. What is it? Well, you know. It's abstract. It's kind of a tone poem. Sieht komisch aus. Uh-huh. I find it does some interesting things with the space between viewer and image. Okay. Okay. Can I have it? No way, man. That thing is vintage. Okay. Where did you get it? I bought it from this slightly shady girl from Shell Mound. Said she was selling it to get money to move out of town. Hmm. Kann ich verstehen. Ist das wegen der Elitären ausrichtung? Wird du mit seinen elitisten Themes beschäftigt? Ich würde sicher sein. Wenn ich so eine superfischige Verständnis der Arbeit hatte. Wie weiß ich, dass es auf der Seite hängt? Oh Mann. Okay. War doch nicht gleich so aggressiv. Äh. Warte mal. Ich hatte da noch. So, du bist ein Werkzeuger. Könntest du mir etwas machen? Wie was? Hm. Die Waffe. Eine Waffe, um Machadra zu töten? Das Mann ist ein Bummer. Aber ich glaube nicht, dass ich etwas so körperlich machen könnte. Wie geht es? Ein schönes dreieiniger Stuhl. Hm. Ja. Ja, das hatten wir schon. Ich habe noch so lange einen Stuhl gemacht. Okay. Ja, bis später. Du weißt, die Bäume. Ja, ja. Ich passe auf die Bäume auf. Ist hier noch irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Tschö mit Öl, sage ich da nur. Bitte nicht die Bäume, dass ich hier bin, okay? Okay. Und wenn du den Hauptstrail fährst, gehst du in den Süden. Da ist ein extrem territorieriges Schneck. In die anderen Richtung. Gotcha. Na, wo werden wir wohl hingehen? Warte. Süden? Oder war es West? Mäh. Mäh. Genau. Mäh. Oh, mir steckt eine Leiter im Baum. Im Haus. Ähm. Post? Hm. Dieser Mann hat nicht den Hebel umgebracht. Anscheinend nicht. Okay, what the what? Okay, welcher von euch Hebel hat Kurtis geflogen? Hm. Sie sind nicht zu schade für mich. Whoa, was ist das? Wait, ist das East? West? Ah. Hey. Uh. Let's go. Can't. Breathe. Oh, boy. This is tight. Okay, von mir was. Dann pusten wir halt. Alter, ist das eine Aggro-Schlange. Okay, also nicht. Geh da. Okay, 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 okay. Dann gehen wir halt die andere Richtung. Da steckt eine Leiter in deinem Dach. So, hier. Schauen wir mal. What the what? Okay, jetzt sehe ich, warum die Trens erhielten. Oh, Gott, das kann nicht wahr sein, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Nein, nicht wegpacken. Einfach nur einpacken. Nein, was? Oh, Mann, ey. Uh. Hm. Hm. Ja, das glaube ich dir sogar. Komm, wir reden mal über Kottis. Einen homizidischen Psychopath? Ich habe ihn zuerst hacken, eine alte Frau zu sterben. Wow. Ja, wirklich? Ja, eine 300 Jahre altes Spruce, mit ihren eigenen Bränden, und dann kommt er. Und die nächste, als ich sie sehe, ist sie ein... Oh Gott, wenn ich das sage, glaube ich, ich werde schick. Sag es! Was hat Curtis zu der alten Spruce gemacht? Oh Gott, ich denke, ich habe mich in meinem Haus ein bisschen gebrochen. Uuuhh, okay. Du kotzt ganz schön viel, hm? Oh, das ist nur ein bisschen Sack. Ich bin nicht schade. Es ist schick und natürliche und ich bin voll. Ja, du bist. Hey, kann ich ein bisschen von deinem Sack? Du bist nur wie die resten. Du willst uns schickern, steigern alle unsere schickern, und unglaublich sinnvollen Flüiden? Du Mensch hast mich zu schicken, aber ich werde nicht tun. Weil ich nicht zu dir, zu geben dir die Leidenschaft von meinem Sack. Ich habe noch nie einen schlussenden Baum gesehen. Ich habe viele Axt-wielding-mörderische Menschen gesehen, also getrunken. Ich lasse dich zurück zu deinem Schreien. Ja, bitte, lasse ich, bevor ich vomite, du fehl-rotlose Stumpf. Okay, ich habe das Gefühl... Sie schlange weg. Okay, oder auch nicht. Ja, komm, puste. Kann man das nicht überspringen? Okay, also nicht. Geht das nachher. Ja, ja, hab sehr verstanden. Ich wollte ja nur meine Axt wiederhaben. So dämlich in Action Spielen, dass man immer... ...die Gegenstände verliert, nachdem man sie... Sieht ganz aus, ne? Ja, hoffen wir es mal. Das ist ja blöd. Keine Haken. Was haben wir da? Okay, okay, okay. Was mit dem Eimer? Okay, komm, reden wir mal mit dem komischen Vogel. Dune. Dune. Okay. 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 Ich will gerade sagen, das können wir wohl nicht. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ah, okay. Ah, warte mal. Das haben wir ja noch nicht gehört. Okay. Nein. Es sieht schrecklich an dir. Es könnte dir die Entscheidung kosten. Bitte, wen ich mir vertraute? Mein sehr verbaute Stylist? Oder eine Frau, die eine halbe Dress hat? Hm. Hey, über die Hände. Was? Was ist das? Es sieht toll an dir. Sehr lustig an dir. Sehr lustig. Was? Lustig? Aber ich bin ein Mann der Menschen. Ich werde nie diese Entscheidung gewinnen, wenn ich als haute und elite komme. Hier, weg von mir. Danke, Kind. Ich füriere morgen mein Stylist. Ich lasse dich zurück zum Feast. Ja, ja. Diese Mädchen werden sich nicht selbst servieren. Kannst du mich da hören? Hä? Wo ist denn der einmal hinten? Ah, der treibt da hinten rum. Hm. Okay, der ist eh zu groß. Reden wir mal mit den beiden. Hi. Ihr Mädchen seid bereit für das Mädchenfeast? Ich will in der Mädchenfeast sein. Natürlich machst du das. Schöne Sache. Aber die Mädchen sind nur nach einem langen Zeit der Qualifikationen. Auch unsere Eltern sind ziemlich körperlich. Auch, kann ich dir was erzählen? Nur als Freund. Oh mein Gott. Ja. Nur als Freund. Nur als Freund. Du schaust einfach nicht richtig, Mädchen. Oh. Ich würde einen Freund sagen, mir das zu erzählen. Das ist irgendwie nicht nett. Hey, kann ich ein bisschen von diesem Perfum haben? Das ist kein Perfum. Das ist ein proprietärer Luring-Kompound, der als Beast Hooker. Es ist irresistibel für Mox. Okay. Okay. Hey, can I have some of your Beast Hooker? That's better. But no, you can't. Sorry. It's her secret sauce. How about just one little squirt? Sorry. If I'm not gonna give any to my best friend, Drusilla, I'm certainly not gonna give any to you. I said I don't want any. I don't use performance enhancers. Okay. Nice costumes. Thanks. Our dad made them. They're the best fishermen in the village. So they're pretty good at tying lures. We had to use every hook in town. But it was worth it. Isn't somebody gonna miss those hooks? Not as much as they're gonna miss us. You're gonna make me cry, girl. Hey, Maidens. I'm gonna kill Mox Chatra. Huh. Not half as hard as I'm gonna kill it. I'm already killing it. In this outfit. Just standing here. Hey, Maidens, nervous? Yeah. Nervous that Marshall Dune isn't gonna get the offering arena ready, before Mox Chatra gets here. I can't believe our dad's donated so much to his campaign. Don't you guys ever wonder if there's another way? To save the town, I mean. Uhm, this is how it's always been done. Yeah. They figured out how it was a long time ago. So we wouldn't have to think about it. See you, Maidens later. Ciao! Das ist ja das super Argument, was man immer bringt. Ja, es ist seit Jahrhunderten so, deswegen machen wir es auch so. Juden wurden seit Jahrhunderten, äh, missachtet, deswegen machen wir es genau so. Was da was? Dorn, alles aus hoher Tearsgas. Use die Stimme! Oh, ja! Halt! Aber der Tod-Eye-Dun sieht niemanden. Äh, irgendwoher kenn ich die zwei Jungs. Von der Stimme zumindest. Wer sind Sie? Ich bin Dorn-Eye-Dun. Und das ist Dorn-Eye-Courtney. Hallo! Äh, okay. Was ist das Ort? Die Dorn-Eye-Pyramide. Tomb des Dorn-Eye-Dun. Ja, ich hab's begriffen. Hm. Kann ich rein gehen? Du möchtest, unsere höchsten Schreine zu invaden? Warum? Äh, genau. Äh, genau. Äh, ich weiß nicht. Es sieht einfach cool. Es sieht? Wir wissen nicht. Wir sind blind. Oh, Entschuldigung. Aber niemand nimmt die Dorn-Eye-Pyramide. Niemand. Äh. 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 Äh... 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 Who's the Deadeye God? The messiah from the sky bringer of miracle objects Someday he will rise to return our sight and begin the battle of Volgantol What the what what the what the what? Did your God bring any Miracle objects that were like weapons the kind that can take down a giant monster Before it destroyed your home village Our God had such power and more Probably I mean really we don't even know what half the stuff in there does Hey can I get you guys something? Like what? Ähm Ha 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 We're blind How are you not getting that? Ha 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 Hey can I get you guys something? Maybe a refreshing beverage? No thanks, I've got a flask of Barnacle juice under this robe Diet Barnacle juice over here Hm Äh Some more holy tear gas? Oh yeah, here Wow Oh, praktisch Just fill that up for me if you could Thanks Hm Hm What's the battle of Volgantol? Gute Frage The final battle between humans and mocks Mocks The end of our entire age Hm Hm It sounds promising Can I go inside? You wish to invade our Ah Weil ihr sie bewacht, deshalb muss es cool sein Ziemlich kalt Ja, ich hab's begriffen Ich will noch das letzte fragen Because you guys are guarding it So it must be cool Oh, it is Extremely cool But no one enters the dead eye pyramid No one Okay, hab's begriffen Äh Um, could you remind me how the riddle of Yorn goes One more time? You always take us down When we are in our prime Devour your sweet rewards Yet I'll return in time A child of mine will rise Out of his rotten bed Up from a hidden pit Long after I am dead Wow Yeah Bring us the solution And you may enter the pyramid Oh, that's is ja ganz schwer Das ist ja ganz schwer Kern, süß, Frucht Check it out, fruit No thanks These are our only rose We don't want to get them all sticky It's the answer to your riddle But it's just a fruit With a hit inside Oh my god It's so simple Why didn't we get that? Oh man That's been bugging us all day But what does it have to do with the pyramid? Huh? Oh, nothing It's just something our friend Becky Yorn told us this morning She thinks she's so smart I can't wait to rub this thing in her face So, uh Can I go in there now? Oh, yeah, yeah Whatever Knock yourself out Okay Gehen wir heute mal rein I'm going in Okay The top of this pyramid is transparent So strange Such strange shapes in here Okay I wonder what that symbol means Yeah, I'm sure Yeah I'm too Hold on here On the bottom, there is the symbol of Broken Age This Vierck in the circle In the circle In the circle In the circle This logo There is that symbol again That symbol is so strange But it is that same religious symbol But this one is recessed Like a socket Hm. Pfff, keine Ahnung. Oh! Vielleicht? Hm, ok. Versuch was wert. Ich glaube, das ist, wo sie ihren alten Gott geburten. Vielleicht sind diese Leute Donuts? Der Top des Piram. Ich glaube, das ist, wo sie ihren alten Gott geburten. Soll ich später. Gehen wir mal, wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Uns den Duft holen und... ...dafür sorgen, dass das Fundament hier nicht einbricht. Hm. Hm. Oh, mein Recht! Vielleicht? Natürlich. Hier. Das hab ich mir auch gedacht. Können wir mal. Ich mag manchmal. Ich denke, es ist nicht smart, ... es in einem ökeren Container mit diesen Gälen umgebracht. Ah, Raps! Hast du sicher, dass du dich in der Zeit hast, Clarence? Das ist kein guter Ort, eine Strecke zu hängen. Nö. 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 Ich häng was mit dem... Nö. Komisch, dass ich mit dem Fischingssatz nichts machen kann. Aber ich hab jetzt ne Idee. Okay. Mhm. Haha, soviel dafür, dass ihr so böse. Oh, sie ist jetzt wieder weggeschmissen. Ja, das ist richtig. Mhm. Haha. 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 Ok. Ich habe es natürlich gemacht. Sie muss es schützen, wen sie nicht kann. Ow. Ich erzähle Mogtaker über dich, Drusilla. So. Sachen gibt es, ne? Hast du so jetzt noch? Okay. gut ich hab da aber vorhin mir schon zwei sachen überlegt die interessant sein könnten guck mal hier toter verwandter okay du willst holz nicht haben ich hab da jemand der holz haben will kürtis ich hab ein bisschen holz für dich oh und es ist so schmutzig oh mann ich fühle ein stuhl auf was stuhl schick ich fühle 10x besser, danke für mich das aus meinem system, ich will sie haben wirklich? danke kein problem, ich mag meine samplen das ist schlecht oh gott, wie viele schuhe wortwitze willst du eigentlich noch machen ja, ich mag seinen natürlichen woodsy musk du möchtest? nicht so viel, nur mehr als beast hooker okay, okay, okay willst du ein paar schuhe? würde ein paar schuhe helfen? ja, ich will sie nicht schreien ich will sie nicht schreien ich will sie nicht schreien okay okay äh, naja, die scheibe zeig ich dir lieber nicht hat sowieso keinen Nutzen ich hab schon ne idee was wir mit dem stuhl machen mit der stuhlprobe die wir da erhalten haben ne komm komm her, du alter nerviger Sack pass mal auf hier haha sorry to do this to you, but oh my god is that mutilated tree flesh? you see, what Curtis does is he peels off the outer layer of the wood to get to the tender stuff inside then he dips the whole thing in an acid bath before he begins the deep carving carving oh, sorry, did that upset you? you monster okay wow, it's getting thicker every second strong stuff kid don't mess with it hmm, it's already soaking into the ground I have to catch it when it's fresh okay oh, and now you're decorating me like a christmas tree oh, no is there no end to the humiliation? you can still see the grain of the wood you can still see the grain of the wood you can still see the grain of the wood in the next episode geben wir dann die Sachen mal ab und rufen dann Mock Chokwa und dann werden wir ihm schon irgendwie beikommen vielleicht können wir ihn irgendwie mit der Leiter bekämpfen oder mit den Schuhen oder irgendwas irgendwas davon wird schon passen okay, ich wünsche euch wie immer viel Spaß und tschüss! hmm